Oh, das ist Hans-Werner Sinn. Go! I know this guy. Herr Sinn, ein Statement, was Sie bei der Bilderberggruppe gemacht haben. Bilder angeschaut. Ah, da geht es um Bilder also. Bilder auf Bergen. Haben Sie da Urlaub gemacht oder? Sie wollen ja jetzt mit mir reden, oder? Haben Sie da Urlaub gemacht oder sich mit den Leuten da besprochen? Haben Sie Frau von der Leyen getroffen? Ja, die treffe ich ja heute. Was hat er gesagt? Ähm, nicht viel. Er hat gesagt, wir sehen Bilder, weil Bilder ist wie ein Bild. So ist es ein Joke. Wir sehen Bilder. Das ist ein Joke. Ja. World Darnation ist ein Joke. Aber er ist in Deutschland bekannt. Er hat einen großen Institution für Statistiken über die Ökonomie und Politik. Und er ist einer der Hauptmannschaft, wenn es zu finanziellen und politischen Staten geht. Und Polen und Dinge wie das. Wir können auch noch. Come on. Wir können auch noch mal.